Jetzt bin ich hier, ähm, Digga, ich komm hier in dein Spa, Alter. Also, wir brauchen irgendwie Fragen, weil wir, weil wir ein Frage- und Antwort-Video machen wollen. Und ich muss jetzt essen. Tschüss! Okay. Also. Digga, ich kann das nicht. Wie ist das denn los? Vor allem, ich hab meinen Einsatz voll verpasst, ne? Ich kann hier nicht rüberspüren. So, ich fang jetzt an. Ich hab grad ein Grinsen auf der Backe, warte. Wird ein ganz schön langes Pre-Intro. Da soll das Pre-Intro noch so hype, dass Geekclips rein. Digga, ich heule, ne? Warte, noch nicht anfangen, ne? Doch, ich nehm schon die ganze Zeit auf, irgendwie seit 20 Minuten. Ach, scheiße, Mann. Pfff. So. Was? Was? Digga, mach doch mal, Alter, ich snick hier die ganze Zeit. So, irgendwie so ein Wäscheständer oder so. Digga, ich hab ein Rollo zugemacht. Also, wenn die Leute reingucken können, sonst. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren SG-Analyse mit. This place. Boah, das wird so nix, oder? Ich nehm grad was auf hier mit meinen Kollegen. Also, wir brauchen ganz viele Fragen von euch. Wo bist denn du, Alter? Bist du beendet? Digga, der war gut. Ich schimp... Wo stehst du denn, du, Alter? Die Sau. Ich ertrink gleich. Achso. Mach jetzt mal, Alter. Nichts, du bist. Vielen Dank.